A. Ich bin Polizistin in einer kleinen Stadt, in Meisenheim. Da kenne ich viele Leute. Das macht die Arbeit manchmal leichter. Man kann besser miteinander reden. Ich muss auch oft in der Nacht arbeiten. Das gehört zu meinem Beruf, aber ich finde es immer anstrengend. Und am Wochenende, da muss ich auch oft arbeiten. Das ist nicht so gut, weil mein Partner immer nur am Wochenende frei hat. Dann fehlt uns die gemeinsame Freizeit. Wir können nichts zusammen machen. Die Menschen brauchen die Polizei, wenn es Probleme gibt. Ich finde es schön, wenn ich helfen und das Problem lösen kann. Das ist aber nicht immer möglich. B. Ich fahre Taxi. Seit fast 20 Jahren bin ich Taxifahrer. Seit 5 Jahren fahre ich nur noch in der Nacht. Das finde ich besser, weil da viel weniger Verkehr in der Stadt ist. Die meisten Kunden wollen einfach nach Hause. Aber manche Kunden erzählen zu viel über private Dinge und Probleme. Das mag ich nicht so gern. Natürlich muss ich auch oft warten. In der Zeit kann ich viel lesen. Aber beim Warten verdiene ich auch kein Geld. Zu viel Warten ist dann ein Problem. Ich fahre in meinem Beruf ca. 80.000 Kilometer pro Jahr. In meiner Freizeit fahre ich nur Auto, wenn es nicht anders geht. Da fahre ich viel lieber mit dem Fahrrad. Da bin ich draußen und bewege mich. Das tut mir gut. Liebe Fahrgäste, wir kommen in wenigen Minuten im Hauptbahnhof München auf Gleis 14 an. Dieser Zug fährt weiter nach Stuttgart. Eine Information für Fahrgäste nach Nürnberg. Der Regionalexpress 4006 nach Nürnberg fährt heute nicht von Gleis 17, sondern von Gleis 24. Vielen Dank. Zwei Liebe Fahrgäste, Sie sind im Bus F zum Flughafen. Auf der Strecke gibt es eine Baustelle. Deshalb hält der Bus nicht an den Haltestellen Zoo und Sieberstraße. Wenn Sie zum Zoo oder zur Sieberstraße wollen, steigen Sie an der Haltestelle Neudorf in den Bus M um. Nächste Haltestelle Neuberg-West. Drei Sehr geehrte Fahrgäste, wir können Ihnen heute leider keine warmen Gerichte anbieten. Unser Bordrestaurant ist geschlossen. Wir haben technische Probleme. Unser Personal bringt Ihnen aber gerne Tee, Kaffee oder Mineralwasser zu Ihren Plätzen. Sie können bei unserem Personal auch Kuchen, Kekse oder Schokolade kaufen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Eine wichtige Durchsage für alle Fahrgäste nach Köln. Der ECE 1343, planwiesige Abfahrt um 13.47 Uhr, fährt heute nicht. Bitte gehen Sie zu Gleis 12 und nehmen Sie den ECE 1427 um 14.13 Uhr. Achtung, der Regionalzug 134 aus Köln, Ankunft 14.02 Uhr, ist ca. 15 Minuten verspätet. Wir bitten um Ihr Verständnis. Immer mehr Menschen wechseln ihren Beruf, weil sie müssen oder weil sie wollen. Wir haben mit vier Personen gesprochen. Frau Lingen, Sie sind Laborantin. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Beruf? Ja, eigentlich schon. Ich arbeite nur Teilzeit, 25 Stunden pro Woche, denn ich habe einen kleinen Sohn. Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit? Ich arbeite in einem neuen Labor mit netten Kolleginnen. Die Labors sind hell und schön. Manchmal gibt es interessante Aufgaben. Aber viele Tests sind immer gleich. Das ist ein bisschen langweilig. Möchten Sie den Beruf wechseln? Ich glaube schon. Ich möchte später wieder ganztags arbeiten und dann muss die Arbeit interessanter sein. Haben Sie schon eine Idee? Ich habe viele Ideen. Zu viele. Vielen Dank, Frau Lingen. Jetzt spreche ich mit Herrn Graf. Können Sie sich bitte kurz vorstellen, Herr Graf? Also, ich heiße Alex Graf und bin Fahrradkurier. Ist das nicht anstrengend? Ja, man muss schon fit sein, wenn man gut verdienen will. Aber ich mache ja jeden Tag Sport bei meiner Arbeit. Da brauche ich kein extra Training mehr. Wie viele Kilometer fahren Sie an einem Tag? Zwischen 80 und 100 Kilometer durch die Stadt. Das macht im Jahr so 22.000 Kilometer. Das ist aber viel. Ja, schon. Ich verdiene ja nur gut, wenn ich viele Fahrten mache. Und ich brauche das Geld. Wollen Sie nicht etwas anderes machen? Ja, das fragen mich immer mehr Leute, weil ich schon ein bisschen älter bin. Wenn ich mal keine Lust mehr habe, dann mache ich etwas anderes. Ich habe eine Ausbildung zum Elektriker. Vielleicht arbeite ich wieder in dem Bereich. Aber wann, das weiß ich nicht. Noch eine letzte Frage. Ist Ihre Arbeit gefährlich? Naja, schon ein bisschen. Es muss ja immer schnell gehen. Aber ich hatte noch keinen schweren Unfall. Toi, 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 dass das so bleibt, Herr Graf. Vielen Dank. Bei mir ist auch Frau Mila Prokopitsch. Was machen Sie beruflich, Frau Prokopitsch? Ich arbeite im Restaurant Adria als Köchin. Haben Sie diesen Beruf gelernt? Ja, aber das ist schon mein zweiter Beruf. Zuerst habe ich eine Lehre als Friseurin gemacht und auch zehn Jahre lang als Friseurin gearbeitet. Aber da habe ich sehr schlecht verdient. Und dann habe ich Köchin gelernt. Was gefällt Ihnen bei Ihrer Arbeit als Köchin? Ich freue mich, wenn die Gäste einen schönen Abend haben und Ihnen das Essen schmeckt. Arbeiten Sie gern in Ihrem Restaurant? Ja, sehr gern. Die Chefin ist nett und die Kolleginnen und Kollegen auch. Wir sind einfach ein gutes Team. Danke, Frau Prokopitsch. Zum Schluss spreche ich noch mit Stefan Richter. Was machen Sie denn beruflich, Herr Richter? Ich bin Lehrer an einer Grundschule. Seit fünf Jahren. Warum sind Sie Lehrer geworden? Ganz einfach. Ich mag Kinder. Ich arbeite sehr gern mit kleinen Kindern. Deshalb bin ich auch an einer Grundschule. Wie lange sind Sie denn täglich in der Schule? Na ja, ich muss in der Woche 28 Unterrichtsstunden geben. Und ich muss natürlich Texte korrigieren und den Unterricht vorbereiten. Das mache ich manchmal zu Hause, manchmal in der Schule. Nachmittags gebe ich manchmal auch einen Extrakurs. In diesem Jahr einen Theaterkurs. Ich bin also an einem Tag circa fünf Stunden in der Schule, an anderen Tagen vielleicht acht Stunden. Dann wünsche ich Ihnen weiter viel Spaß bei Ihrer Arbeit, Herr Richter. Vielen Dank. Frau Hansen muss ihren Kunden bei einem Termin alles erklären. Herr Dahlen fährt mit seinem neuen Auto in diesem Jahr nach Husum. Frau Klemm liebt den warmen Sommer. In den kalten Wintermonaten lebt sie im Süden. 4. Selim fährt mit seinem Freund Achim zu seinem Onkel Hassan nach Aachen. 1. Frau Hansen muss ihren Kunden bei einem Termin alles erklären. 2. Herr Dahlen fährt mit seinem neuen Auto in diesem Jahr nach Husum. 3. Frau Klemm liebt den warmen Sommer. In den kalten Wintermonaten lebt sie im Süden. 4. 4. Selim fährt mit seinem Freund Achim zu seinem Onkel Hassan nach Aachen. Gespräch 1 Firma Köhne, Sie sprechen mit David Achner. Was kann ich für Sie tun? 4. Frau Wenger ist gerade nicht am Platz. Kann ich etwas ausrichten? 4. Ab 2 ist sie bestimmt wieder in ihrem Büro. 4. Aber gern. Also 0224 83 14 12. Und die Durchwahl ist 42 24. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. Auf Wiederhören. Gespräch 2 Guten Tag, Buchhandlung Panas Riemer. 5. 5. 5. 6. 6. Tut mir leid. Herr Felder ist außer Haus. 7. Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? 7. 7. 7. 8. 8. 9. 10. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 12. Apparat? Guten Tag, hier ist Jeschke. Guten Tag, Herr Jeschke. Was kann ich für Sie tun? Können Sie mich mit Herrn Mendes verbinden? Tut mir leid. Herr Mendes ist heute außer Haus. Wann ist er denn wieder zu sprechen? Sie können ihn morgen ab 9 Uhr erreichen. Kann ich etwas ausrichten? Nein, danke. Aber können Sie mir bitte die Durchwahl geben? Ja, gern. Die Durchwahl ist 509. Dankeschön. Tschüss. Auf Wiederhören. Sie hören fünf kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung. A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 1. Hallo, Britta. Hier ist Paula. Es tut mir echt leid, aber ich kann heute Abend doch nicht. Meine Mutter hat mich gerade angerufen. Sie ist sehr erkältet und ich muss heute zu ihr. Ich fahre gleich nach der Arbeit hin. Ich rufe dich morgen an. Okay? Bis dann. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie jetzt Aufgabe 2. Und jetzt noch unsere Tipps für das Wochenende. Alle Musikfans sollten am Samstag in den Stadtpark kommen. Dort singt Benni Bohm mit seiner Band. Der Eintritt ist kostenlos. Der große Fußballwettbewerb findet erst eine Woche später statt. Aber am Sonntag beginnt die große Sportmesse in der Städtokohalle. Weitere Informationen finden Sie im Internet. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und jetzt noch unsere Tipps für das Wochenende. Alle Musikfans sollten am Samstag in den Stadtpark kommen. Dort singt Benni Bohm mit seiner Band. Der Eintritt ist kostenlos. Der große Fußballwettbewerb findet erst eine Woche später statt. Aber am Sonntag beginnt die große Sportmesse in der Ottohalle. Weitere Informationen finden Sie im Internet. Lesen Sie jetzt Aufgabe 3. Hi Ben. Hier ist Leon. Du, ich bin jetzt gerade noch in der Bibliothek. Ich muss noch für den Test morgen lernen. Aber ich hole dich um 18 Uhr ab, okay? Der Film beginnt um halb sieben. Ach so, ich habe heute Morgen Pablo vor dem Fitnessraum getroffen. Er kommt auch mit ins Kino. Bis später. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hi Ben. Hier ist Leon. Hi Ben. Hier ist Leon. Du, ich bin jetzt gerade noch in der Bibliothek. Ich muss noch für den Test morgen lernen. Aber ich hole dich um 18 Uhr ab, okay? Der Film beginnt um halb sieben. Ach so, ich habe heute Morgen Pablo vor dem Fitnessraum getroffen. Er kommt auch mit ins Kino. Bis später. Und nun der Wetterbericht für das Wochenende. Im Norden scheint die Sonne bei warmen Temperaturen um die 25 Grad. Im Süden gibt es bereits viele Wolken und es regnet ab Samstagmorgen. Auch starker Wind ist möglich. Ab Montag auch Wolken im Norden. Dann wird es auch dort kühler. Die Temperaturen sinken auf 15 Grad. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und nun der Wetterbericht für das Wochenende. Im Norden scheint die Sonne bei warmen Temperaturen um die 25 Grad. Im Süden gibt es bereits viele Wolken und es regnet ab Samstagmorgen. Auch starker Wind ist möglich. Ab Montag auch Wolken im Norden. Dann wird es auch dort kühler. Die Temperaturen sinken, auf 15 Grad. Lesen Sie jetzt Aufgabe 5. Hallo Herr Müller, hier Vera Weiß. Der Chef hat ihren Vertrag unterschrieben und ich habe Ihnen gerade alle wichtigen Informationen zu dem neuen Projekt gemailt. Wir können morgen nochmal über alles sprechen. Können Sie um 14 Uhr bei uns in der Firma sein? Wenn ich nichts mehr von Ihnen höre, warte ich um 14 Uhr an der Rezeption auf Sie. Auf Wiederhören. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Herr Müller, hier Vera Weiß. Sie hören ein Interview. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 Ja oder Nein. Lesen Sie jetzt die Aufgaben. Lesen Sie jetzt die Aufgaben. Sie hören jetzt das Beispiel. Hallo, wir haben heute Fanny bei uns zu Gast. Fanny kommt aus Wien, lebt aber seit zehn Jahren in Berlin. Guten Abend. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo, wir haben heute Fanny bei uns zu Gast. Fanny kommt aus Wien, lebt aber seit zehn Jahren in Berlin. Guten Abend. Sie hören jetzt den Text. Fanny, seit letztem Sommer kennt Sie eigentlich jeder in Deutschland. Da hatten Sie Ihren großen Hit, Dance, Dance. Genau. Das war ein Riesenerfolg. Das kann ich bis heute kaum glauben. Aber eigentlich singe ich schon seit fünf Jahren mit meiner Band. Sind Sie aus einer musikalischen Familie oder wo haben Sie singen gelernt? Also Musik war bei uns zu Hause wichtig. Wir haben immer Musik gehört. Aber wir haben nie gesungen oder so. Damit habe ich in der Schule angefangen. Sie haben ja eine tolle Stimme und tolle Texte. Wer schreibt die? Also die sind von mir. Aber die Ideen besprechen wir lange in der Band. Natürlich tausche ich mich auch mit Freunden aus. Mir macht das großen Spaß. Also etwas Teamwork ist auch dabei. Gestern Abend hatten Sie ein großes Konzert hier in Berlin. Wie war es? Das Konzert gestern war super. Ich singe gern vor Publikum. Aber ich mag lieber Konzerte in kleinen Clubs. Die großen Hallen mit tausenden Fans sind nichts für mich. Aber vielleicht gewöhne ich mich noch daran. Wie sehen Ihre Pläne für die nächsten Monate aus? Kommt eine neue CD? Das dauert noch. Ich möchte jetzt in Ruhe neue Lieder schreiben. Dafür nehme ich mir einige Monate Zeit. Dann hören wir jetzt erstmal Ihren großen Hit »Dance, Dance« und danach können Sie gern hier im Studio anrufen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Fanny, seit letztem Sommer kennt Sie eigentlich jeder in Deutschland. Da hatten Sie Ihren großen Hit »Dance, Dance«. Genau. Das war ein Riesenerfolg. Das kann ich bis heute kaum glauben. Aber eigentlich singe ich schon seit fünf Jahren mit meiner Band. Sind Sie aus einer musikalischen Familie? Oder wo haben Sie singen gelernt? Also, Musik war bei uns zu Hause wichtig. Wir haben immer Musik gehört. Aber wir haben nie gesungen oder so. Damit habe ich in der Schule angefangen. Sie haben ja eine tolle Stimme und tolle Texte. Wer schreibt die? Also, die sind von mir. Aber die Ideen besprechen wir lange in der Band. Natürlich tausche ich mich auch mit Freunden aus. Mir macht das großen Spaß. Also, etwas Teamwork ist auch dabei. Gestern Abend hatten Sie ein großes Konzert hier in Berlin. Wie war es? Das Konzert gestern war super. Ich singe gern vor Publikum. Aber ich mag lieber Konzerte in kleinen Clubs. Die großen Hallen mit tausenden Fans sind nichts für mich. Aber vielleicht gewöhne ich mich noch daran. Wie sehen Ihre Pläne für die nächsten Monate aus? Kommt eine neue CD? Das dauert noch. Ich möchte jetzt in Ruhe neue Lieder schreiben. Dafür nehme ich mir einige Monate Zeit. Dann hören wir jetzt erst mal Ihren großen Hit »Dance, Dance« und danach können Sie gern hier im Studio anrufen. Sie hören fünf Informationen aus dem Radio. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel Noch eine wichtige Information zum Open-Air-Festival im Stadtpark. Die Band Deichkind kann wegen Erkrankung nicht kommen. Das erste Konzert ist deshalb um 16 Uhr und nicht um 14 Uhr. Ab 13 Uhr ist das Festivalgelände geöffnet. Und jetzt zur Verkehrslage. Auf der A7 bei Füssen in Richtung Ulm geht es sehr langsam. Der Grund ist eine Baustelle. Sie verlieren 20 Minuten. Auf der A96 von Lindau nach München bei Memmingen vier Kilometer Stau wegen eines Unfalls. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt. Nummer 2 Das Wetter. In den nächsten Tagen bleibt es wechselhaft. Heute Abend gibt es immer wieder starken Regen. Morgen Vormittag sonnig und angenehm warme Temperaturen. Ab Mittag ziehen wieder Wolken auf und es sind Gewitter möglich. Nummer 3 Und nun eine Information für alle Besucher des Fußballspiels im Hauptstadion. An den Eingängen Ost und West gibt es keine Tickets mehr. Wenn Sie noch kein Ticket haben, gehen Sie bitte rasch zum Eingang Nord. Dort gibt es noch Tickets für das Spiel. Nummer 4 Diese Woche können Sie in unserem Reisemagazin On Tour jeden Tag um halb elf schöne Preise gewinnen. Wir spielen 10 Sekunden Musik aus einem aktuellen Film und Sie sagen uns, wie der Film heißt. Wer als erstes die richtige Antwort hat, gewinnt einen tollen Reiseführer über eine europäische Stadt. Viel Glück! Nummer 5 Nun noch ein Programm-Tipp. Eine Kostprobe aus dem neuen Hörbuch von Sven Regener gibt es um 16.30 Uhr. Um 16.45 Uhr stellt Ihnen Horst Schumann die neuesten Kinofilme vor und empfiehlt Ihnen den Film der Woche. Nach den Nachrichten um 17.05 Uhr dann ein Bericht über die Leipziger Buchmesse. Untertitelung an,sslich... Can,sslich ... Er Saying ... Er